Mein Firmemotto lautet, mehr Geld für Sie und Ihre Zukunft mit unserer speziellen Ziele- und Wünscheberatung. Mit dem Ziele- und Wünschebogen finden wir gemeinsam in wenigen Minuten heraus, welche individuellen Bedürfnisse Sie persönlich haben. Das bedeutet, es spart Zeit. Es geht ausschließlich um Ihre individuellen Möglichkeiten. Und in einem zweiten Schritt sagen Sie mir, was können oder möchten Sie dafür maximal investieren, damit wir Ihre Ziele und Wünsche oder Teile davon lösen können. Und zu guter Letzt können wir die bestehenden Bausteine mit einbeziehen, ob das mit den heutigen Bedürfnissen übereinstimmt. Nach 14 Tagen schauen wir uns dann bei einem weiteren gemeinsamen Termin das individuelle, maßgeschneiderte Lösungskonzept an. Und an dieser Stelle kann man dann noch die Feinheiten des Zielfernrohrs noch erstellen und die Feinheiten noch genau auf Sie abstimmen. Mir ist es besonders wichtig, dass meine Kunden die bestmögliche Absicherung haben, damit sie sich auf Dauer richtig, richtig wohlfühlen können. Wenn dich verabschiedern, dann am meisten damit. Musik Untertitelung des ZDF, 2020